willkommen liebe genossinnen und genossen mir ist aufgefallen was ziemlich blöd ist und zwar richtig bescheuert mir ist aufgefallen dass paar autos stehen geblieben sind dann habe ich bin ich in die übersicht rein 100 prozent 100 prozent 100 prozent 61 60 55 die fahrzeuge sind einfach total am sack ja also was muss ich machen ich muss eine werkstatt bauen die habe ich ja auch schon eingestellt aber deswegen geht auch so wenig voran weil die fahrzeuge ständig wegen defekten liegen bleiben die ist bei 66 prozent die werkstatt hier fehlt noch ein bisschen beton und dann die arbeitskraft die werde ich auch mit externen arbeitskräften versorgen also ich werde eine linie einstellen deswegen werden wir uns hier ein bus kaufen ich habe hier die asphaltstraße priorisiert also hier kann man wieder anfahren wir kaufen uns aber da reicht ein kleinerer bus ich glaube da reicht sogar so einer für 7 vielleicht nicht aber hat ja 52 gereicht auf jeden fall der 40er reicht glaube ich wir kaufen den 40er hier und dann werde ich nämlich eine linie erstellen und zwar arbeite für werkstatt und dann müssen wir einen halt hinzufügen und zwar hier und der zweite halt geht natürlich noch nicht weil das nämlich fertig ist aber hier müssen wir beladen hier natürlich dann erst wenn die fahrzeuge zugewiesen sind und wenn das gebäude fertig ist ja dann muss ich die fahrzeuge reparieren lassen muss das dann halt hier bleibt schon wieder nächste liegen deshalb ist hier der bau so relativ schleppen weil es hat mich schon ein bisschen gewundert ich meine hier sind jetzt die meisten kiesstraßen soweit gebaut worden die ersten versorgungsgebäude in der mitte werden gebaut hier sind jetzt alle versorgungsgebäude gebaut hier haben wir die elektronik genau dem werde ich jetzt sagen das ist ein verteiler büro das haben wir jetzt gemeinsam einstellen so hier hier entlädst du und zwar holst du elektronik von hier und du holst lebensmittel alkohol und kleidung lebensmittel kleidung alkohol und elektronik das holst du und und letztes allerdings soll hier nur 20 prozent voll gemacht werden alles über 20 prozent wirst du nicht mehr aktiv das ist mal punkt eins so und dann sollst du natürlich hier auch beladen und zwar alkohol lebensmittel kleidung und und elektronik und ich hoffe das funktioniert auch doch genau bis 0 prozent ne bis doch bis 0 prozent darfst du das leermachen genau genau und zwar lieferst du jetzt anders noch nicht gebaute einkaufszentrum an das noch nicht gebaute ja aber wir können zumindest schon mal hier ans gefängnis liefern kleidung und ja alles genau und zwar zu 50 prozent machst du das voll genau also jetzt kauft ihr ein bis 20 prozent voll und liefert es dann von hier wieder aus genau ne halt moment das ist falsch das ist falsch das lagerhaus muss das ist falsch das lagerhaus muss das muss rein das muss rein genau so 20 prozent genau die lagerampe deswegen habe ich sie extra gekauft und Fleisch kauft Fleisch kaufst du bitte auch ein im Zollhaus nicht Vieh achso da brauche ich einen Kühllaster verdammt den habe ich nicht gekauft das ist blöd ja mit diesen wenigen sind wir halt etwas so Moment ich muss das aber kurz hier reinfolge ändern so genau als erstes zum Zollhaus dann hier entladen bis zu 20 prozent voll und dann nehmt das hier wieder raus und liefert es zum beispiel ans gefängnis Nahrung und Klamotten genau das passt Fleisch ist momentan dann noch nicht verfügbar nö das wird dann halt aber nicht verfügbar sein so hier wird Asphalt Straße gebaut okay der Bus ist da das heißt den kann man jetzt zur Linie zuweisen äh ne noch nicht ich könnte die Linie zuweisen aber ich ah Werkstatt ist fertig okay sehr gut sehr gut sehr gut so Fahrzeug kaufen gut da braucht ja nicht viel muss ja nicht viel transportieren können den habe ich mir damals gekauft gehabt aber ich kaufe jetzt zwei davon so das muss raus so weiß ich Arbeiter Gebäude hat kein Trinkwasser das ist egal aber der muss jetzt versorgt werden mit Treibstoff das ist mal das erste also du hier Moment hast du das hast du schon drin genau dann hier bitte Treibstoff genau okay alles klar dann ist das schon mal geregelt Moment hier bitte auch alles klar so und jetzt brauche ich hier brauche ich hier kunststoffe mechanik elektronik das ist eigentlich das kauft der ja eh schon da ein dann soll der das hier versorgen und zwar mit elektronik und stoff ja jetzt ist natürlich die frage gut stoff habe ich momentan noch keinen das bedeutet der sollte im zollhaus stoff kaufen elektronik und kunststoff und darf das hier alles das kauft ja doch auch elektronik ein ja aber der kriegt natürlich jetzt noch das ist auch zwei lkw's dazu vielleicht gibt es am anfang einfach in meiner republik nicht ich habe keinen platz für den kühllaster ich habe jetzt hier noch ein bisschen platz weil hier sind drei fahrzeuge drin hier sind auch drei fahrzeuge drin ich habe keinen platz mehr ihr seid frei genau ihr macht das freilager nö geht nicht anders geht nicht anders fleisch gibt es erstmal keins neuer fahrzeugtyp geld geht mir auch schon radikal aus also so langsam kriege ich wirklich ein problem so du bist bei 57 prozent du gehst jetzt erstmal tanken so moment moment genau linie linie ich brauche arbeiter so halt hinzufügen fahrzeug hinzufügen einfach nur arbeiter einfach nur arbeiter fahrzeug hinzufügen entladen sollte hier gar nichts hier soll er entladen fahrzeug hinzufügen kannst du das hier nicht das fahrzeug hinzufügen fahrzeug hinzufügen Warum fährt er nicht? Er kommt doch eigentlich hier raus. Warum fährt der nicht? Weil er stehen geblieben ist? Warum blockiert hier alles? Weil ich auf Pause stehe, ich Idiot. Ja. Jeff, guten Abend. Ja, das ist das Gleiche. Danke dir auch, einen schönen Abend. Sorry, dass ich jetzt das lese. Ich hoffe, du bist noch da. Ja, stimmt. Wir wollten mal an uns zusammen spielen. Da habe ich, ich habe es tatsächlich vergessen. Das gebe ich zu. Ja, das ist wieder Workers and Resources. Das hast du das letzte Mal schon gesehen. Damals nur in einer anderen Republik. Weil da ist ja mittlerweile der Full Release raus. So, jetzt brauchen wir hier ganz dringend einen Arbeiter, damit eben das hier nicht mehr passiert mit unserem Fahrzeug. Okay, das finde ich jetzt interessant, dass der, obwohl kein Arbeiter da ist, fährt der jetzt zu einem defekten Fahrzeug und repariert es. Aber ne, Moment, der hält jetzt glaube ich nur hier und wartet so lange, bis Arbeiter in der Fabrik sind und dann beginnt er mit Reparieren. Okay, jetzt ist er despawned. Ja, also ich muss ganz dringend diese Aufgaben, äh, diese, äh, diese Aufgaben, diese defekten Fahrzeuge fixen. Sonst wird hier nie was fertig. So, die Sachen hier werden auch alle gebaut. Ja, komm, dann starten wir jetzt die ersten Gebäude. Ich weiß nicht, ob wir mit 700 Arbeitern hinkommen werden. Äh, Moment, ich muss natürlich auch das Einkaufszentrum starten. Ach, mir geht langsam echt das Geld aus und ich bin nicht mal ansatzweise so weit. Ja, jetzt werden natürlich auch erstmal die Lager hier voll gemacht. Hier zum Beispiel mit Alkohol. Mit Essen, Kleidung, 249 Tonnen, ja, der kauft natürlich viel ein. Puh. Okay. Fahrzeuge sind da, Treibstoff ist da, es ist eigentlich alles da, werden hier... Es sind sieben Fahrzeuge da, die werden repariert. 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, weil was fehlt? Mechanische Bauteile fehlen. Windstoffe fehlen, Elektronikbauteile sind da, okay. Aber die ersten Arbeiter waren da, klar ohne Trinkwasser. Jetzt kritisch, aber die ersten Fahrzeuge werden jetzt repariert. Das muss ich jetzt noch einpendeln, wird einiges an Geld kosten. Ja, dann geht es eigentlich nur weiter im Zeitraffer in der Hoffnung, dass die Fahrzeuge repariert werden. Da kann dadurch die Baustellen schneller beliefert werden. Bevor ich pleite gehe, ich weiß gar nicht, wie viel Kredit ich noch aufnehmen könnte. Halbe Million haben wir noch. Kann, glaube ich, nicht mehr so viel aufnehmen, also so langsam sollte ich wirklich Geld verdienen. Ich glaube, ich muss den hier auf... ...10% runterstellen. Ja, das Gefängnis ist schon beliefert. Voll beliefert. Ja, nee, das passt, okay. Neuer Zug ist da. Die Häuser werden mehr oder weniger gebaut. Na gut, Stahl geht zu Ziegel, das ist nicht so mega teuer. Also die Gebäude an sich sind jetzt nicht so mega teuer. Wie schaut es eigentlich hier aus? Genau, hier brauche ich natürlich auch noch Fahrzeuge. Die kaufe ich natürlich jetzt auch noch nicht, weil die nutzen mir sonst alle ab. Und das möchte ich natürlich nicht. Ansonsten, wie schaut es denn hier aus? Der Tunnel ist gebaut, aber der hier nicht. Weil hier kein Bauamt hinkommt. Ja. Muss ich wahrscheinlich wieder so machen. Genau, muss man wieder von der Seite machen, weil ohne Heizung geht da natürlich auch nichts. Also 66 wird es hier wahrscheinlich noch nichts mehr im Einzug, weil ich werde höchstens im Sommer jemanden einziehen lassen, nicht im Winter. So, hier besteht ja jetzt eine Werkverbindung, allerdings über dieses Ding hier. Das bedeutet, hier werden wahrscheinlich nie Pflanzen ankommen. Chemikalien muss ich auch noch einkaufen. Die Chemikalien kann ich hier einkaufen, weil... Ne, der braucht keine Chemikalien. Im Prinzip ist egal, ich kann das von hier verteilen lassen, hier rein. Hier fährt die Armada an Leuten hin und wie schaut es hier aus? Maximale Arbeiter fehlende Ressource, Stahl. Stahl, verdammt. Okay, die Dinger, die werden... Keine Ressource, Stahl, ja, ja, Moment, dann... Ganz vergessen. 30 Prozent, nehmen wir mal auf, 40. Danke. Aha, daran habe ich nicht gedacht. Reparatur ist schon vorangeschritten. Die Autos... Ja, wenn die halt hier drinstehen, sind sie auch nicht in Betrieb. Das bedeutet, ich bin gleich pleite. So, jetzt schauen wir mal, hat sich was getan? Ja. Ja, so, okay. Ja, jetzt wird endlich repariert. Jetzt sind einige Autos, als die Arbeiter da waren, ja, die sind rausgeschickt worden. Sehr schön. Das bedeutet, wenn wir jetzt ins Fahrzeug-Overlay reingucken. 7, 6, 5 sind es noch. Okay, ja. Jetzt wird auf jeden Fall repariert. Okay, jetzt wird er repariert. So, jetzt sind Arbeiter da. Jetzt schauen wir mal in der normalen Geschwindigkeit. Haben wir alles da? Wir haben Stahl da, wir haben Aluminium da. Der Rest ist alles da. Reparaturfortschritt 0%, 6%, 7%. Warum wird hier nicht repariert? So, Moment, jetzt gucken wir mal, wo du hinfährst. Wo fährst du hin? Wahrscheinlich zu einem Konstruktionsbüro. Ja. Boah, hier sind einige kaputt. So. Der fährt wieder weg. Was mit den Fahrzeugen hier? Das Fahrzeug ist auf dem Weg. Achso, die sind gar nicht da. So, die sind gerade alle nicht da, sondern die sind... Ah, die sind in Betrieb. Okay. Okay, wenn sie da sind, können sie natürlich auch repariert werden. Allerdings kommen die oftmals, wenn keine Arbeiter da sind. Jetzt ist wieder eins repariert worden. Oh, ich habe gleich kein Geld mehr. Wie schaut es hier aus? Oh, die ersten Wohngebäude sind fertig. In diesem Moment... Öl wird teurer. Das ist immerhin ein kleiner Lichtblick. Auf 31, naja, gut. Besser als nichts, sage ich dazu nur so. Das ist jetzt... Das ist voll. Wie schaut es hier aus? Kein Bauamt zugeordnet. Wegen. Achso, weil die Straßen noch nicht fertig sind. Dann machen wir hier mal eine hohe Priorität rein. Das Lager wird gebaut... Achso, das wird ja hier anbeliefert, ja. Okay. Okay. Ja, sollen wir mal das Lager hier fertig machen. Neuer Tanker ist verfügbar. Ich glaube fast, der ist größer als der bisherige. Rottengut abgedeckt und offen. Und das ist nur ein Aufflieger. So, dann lassen wir nochmal... Okay, Werkverbindung besteht. Das Lager ist... Die Straße ist fertig. Jetzt wird das Kaufhaus gebaut. So, jetzt ist das Lager fertig. Jetzt kann ich dem nämlich endlich sagen... Liefer hier hin. Und zwar entladen erst mal nur bis 30%. Und zwar Nahrung, Klamotten, Elektronik und Alkohol nicht. Hier gibt es kein Alkohol. Das geht hier in die Kneipe. Die gar nicht gebaut wird, weil die Straßen hier nicht gebaut werden. Und damit kann auch von der Seite aus, dass die Gebäude hier nicht gebaut werden. Das ist natürlich dann nicht so optimal von mir. Boah, ich muss gucken, kann ich überhaupt noch einen Kredit aufnehmen? Höchstbetrag, den ich aktuell leiten kann, eine Million. Kredit aufnehmen. Danke. Gut, dann sind wir nochmal gerettet. So, die Straße ist mittlerweile auch fertig gebaut. So, wie schaut es in meinem Fahrzeugübersicht aus? Sieben, sechs, fünf, neun, dreizehn. Ja, hier sind halt insgesamt nicht oft genug Arbeiter da. Die sind alle unterwegs. Gehen wir mal ein bisschen in die normalen. Die sind in den einfachen. So, jetzt sind wieder Arbeiter da. So, jetzt sind alle Fahrzeuge gerade repariert worden. Ja, gut, das wird noch eine Weile dauern, bis die Fahrzeugreparatur ordnungsgemäß läuft und die Fahrzeuge nicht mehr ausfallen. Aber es geht ja auch voran. Hier haben wir jetzt schon vier Gebäude. Okay, das bedeutet, ich muss meinem technischen Betriebsamt hier auch mal Fahrzeuge kaufen. Du fährst natürlich komplett. So, Quellgebäude hier. Und ja, Wasser, Abwasser hier und hier. So, genau. Bleibstoff, Hasch, alles klar. Dann können wir hier nämlich jetzt ein paar Müllwagen kaufen. Zwei Absatzcontainer und eins, zwei, drei, vier Müllwagen. Genau, und dann machst du das hier alles erstmal automatisch. Genau, aber hier ist noch lange nicht alles gebaut. Solange das hier nicht fertig ist, also die Heizung nicht, brauchen wir natürlich nur nichts machen. Hier sind Wege noch nicht fertig. Ja, viele Wege sind hier tatsächlich auch noch nicht fertig. Dann brauchen wir erstmal noch gar nichts weitermachen. Außer hier noch ein bisschen beschleunigen, damit wir in der nächsten Folge die ersten Leute bekommen Stau. Achso, hier, ja gut. Hier sind halt auch viele kaputte Gebäude. Ja, gut, was will man machen? Grundsätzlich ist es kein Stau. Also, nein, grundsätzlich ist es ein Stau, aber es ist kein Stau, der sich nicht automatisch löst, sondern das löst sich von selber. So, die Autobahn hier werde ich dann erst weiterbauen, wenn ich mit in die erste Bevölkerung kommt. So, wie schaut es hier aus, sind jetzt, okay, jetzt sind ein paar fertig geworden. Das Problem ist halt, die werden auch nur repariert, wenn sie verfügbar sind und die müssen quasi in dem Moment verfügbar sein, wo ich Arbeiter da habe. Und nur dann werden sie repariert und ansonsten blockieren die den Slot. So, jetzt hat hier, jetzt fehlt hier Material, fehlt hier Materialkrad. Was fehlt denn? Ne, ich habe alles da. Nein, ich habe keine Mechanikbauteile da. Ist hier ein Auto auf dem Weg? Alles entladen. Zollhaus, mechanische Bauteile, warum kauft ihr das nicht? Warum kauft ihr keine mechanischen Bauteile, Leute? Im Zollhaus sollt ihr mechanische Bauteile kaufen. Ihr sollt sie hier im Lagerhaus zu 50% entladen, das ist okay. Aber ihr sollt sie hier unten in der Werkstatt auch entladen. Warum macht ihr das nicht? So können hier keine Reparaturen mehr durchgeführt werden. Das finde ich gerade ein bisschen blöd. Neues amerikanisches Modell, warum fahrt ihr nicht los? Ihr seid nicht kaputt, ne. Du bist mit Elektronik voll, du bist mit elektronischen Bauteilen voll und du bist mit Kunststoff voll. Ja, dann musst du die Fragt mal wegwerfen, dann ist da das Problem gewesen, oder? Ne. Warum fährt er nicht? Ich will 1000 Rubel nicht wegwerfen, dann werfe ich den Kunststoff hier weg. Was ist los? Warum fahren die nicht los? Warum kaufen die keine Kunststoffe mehr ein? Was soll das? Bin ich zu doof für sowas? Ne, bin ich nicht. Ich spiele das Spiel jetzt auch schon eine Weile. Gießt es auf jeden Fall genügend da. Schaut es aus mit den Baustellen. Die hier sind noch nicht fertig. Die sind auch noch nicht ganz fertig. Sehen eigentlich die Autos überwiegend rum? Ja, aber gut, die werden repariert. Großteils. Schauen wir mal in die Fahrzeugübersicht rein. Ne, 7, 6, 13. Puh. Warum fahren die jetzt nicht los und besorgen diese dämlichen mechanischen Bauteile? Ich haff's nicht. Ich meine gut, sie waren gerade noch beladen. Das ist klar. Er hat noch elektronische Bauteile an Bord. Er ist 37 Kilometer gefahren. Jetzt fährt er los. Und was holt er jetzt? Er holt mechanische Bauteile. Ich glaub's nicht. 3 Tonnen. Hat entladen. Aber nicht alles. Aber immerhin. Das kann hier wieder repariert werden. Aber der hat keine Arbeiter. Aber die sind da. Autos werden mal wieder nicht alle repariert. So. Okay. Ein paar sind repariert worden. Okay. Gut. So, wie schaut's hier aus? Können die Dinger hier mal fertig machen? Warum sind die alle so niedrig? Also warum macht das keiner? Das sind jetzt keine wichtigen Teile, aber die hier, damit das hier mal gebaut wird, das hier gebaut wird und dann letztendlich auch das hier gebaut wird und der hier gebaut wird. Dann brauchen wir auch das Stückchen hier, damit ich hier endlich mal was einziehen kann. Ich hab's schon wieder nur noch 700.000. Okay, jetzt werden endlich mal Arbeiter hergekappt, die das ganze Zeug hier bauen. Jetzt ist der Spielplatz fertig. Okay, jetzt sind die ganzen Wege endlich mal fertig gemacht worden. So, der Winter ist rum. Jetzt lasse ich dann die ersten Leute auch einziehen. Weil jetzt müsste nämlich das Einkaufszentrum hier drüben fertig sein. Genau. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht, deswegen werde ich jetzt einmal so machen. Ja, ich hab hier tatsächlich Wege vergessen. Okay, dann ist jetzt eigentlich soweit, dass ich jetzt hier mal Busse bestellen kann. 4, 5, 6, 6 Busse jetzt erst mal. So viel werden nicht fahren. Dann kann ich nämlich die Linie einstellen, neue Linie. Und das sehen wir in der nächsten Folge. Ein bisschen was muss noch gebaut werden, aber wir sind jetzt kurz davor in der nächsten Linie. Kommen dann die ersten Arbeiter. Folge 10 werden dann die ersten Arbeiter kommen. Krass, wir sind 67. 66 sind nicht gerade, aber 67. In diesem Jahr kommen sie. Also, wir sehen uns bis dahin. Macht's gut. Tschau.